Teil 7 der Weihnachtsüberraschungssocke Hallo ihr Lieben, ich bin es mal wieder eure Bianca vom Wohlaufsteam. Ja wir sind schon beim siebten Teil und zwar wird das dieser kleine Teil hier das sind so kleine Blümchen kleine Weihnachtsblümchen die wir heute stricken dafür brauchen wir alle drei Farben heute einmal das blaue das blauen das grün das weiß und das rot ja da würde ich sagen dann lasst uns mal loslegen so wir starten mit weiß und mit rot auch hier wieder die beiden faden fäden zwischen zeigefinger und ringfinger zeigefinger also hallo zwischen kleinen finger und ringfinger dann die beiden fäden über den zeigefinger ich habe das jetzt ja schon ein paar mal gezeigt aber ich zeige es jedes mal gerne wieder rot und weiß den weißen vorne einmal runter vom finger und drehen dass wir hier einmal diese lücke haben wir starten sagen wir hat meine unterlagen nachgucken mit einer masche rot eine masche weiß so und ab jetzt drei maschen rot und eine weiß es werden nur rechte maschen gestrickt drei maschen rot und eine weiße und das machen wir über alle vier nadeln also drei maschen rot und eine weiß drei maschen rot und eine weiße und wir enden mit zwei maschen rot und das wie gesagt über alle drei maschen drei maschen rot eine weiß und wir enden mit zwei maschen rot bei der letzten nadeln so weiter geht es jetzt drei farbig muss ich einmal ein bisschen anders hinsetzen ihr seht ich bin auch im laden das ist man ja immer an dem untergrund so also wir starten wie gesagt jetzt drei farbig in einer reihe und ich nehme mir erst zwei farben hier zwischen auch so wie wir das eben gerade gemacht haben den vorderen einmal hier auf den zeigefinger drehen so wie was wie gesagt eben auch gemacht haben und jetzt kommt die dritte farbe die kommt einfach von vorne auf den zeigefinger und dann halte ich mir das hier mit dem kleinen finger fest so und jetzt stricken wir muss einmal meine unterlagen nachgucken ich habe mir das ja alles schön aufgeschrieben so eine weiß also wir stricken ja nur rechte maschen den habe ich etwas zu fest also die erste masche wird weiß gestrickt die zweite masche wird grün gestrickt die nächste masche wieder weiß und die letzte masche rot und das wird jetzt wiederholt und zwar eine weiß eine grün eine weiß und eine rot und nochmal eine weiß eine grün eine weiß und eine rot weiß grün weiß rot dass die ganze runde lang so eine deko so jetzt stricken wir wieder zweifarbig weiter das heißt mit weiß und mit rot und wir stricken die erste masche rot die nächste masche weiß und jetzt wieder drei maschen rot und eine masche weiß drei maschen rot und eine weiß und auch das wieder über alle drei maschen dreimal rot einmal weiß und wir enden wieder mit zwei maschen rot auf der letzten nade jetzt stricken wir nur noch mit rot weiter und zwar nur rechte maschen einmal hier oben drüber über die ganze alle maschen rüber das machen wir gerade zusammen noch und dann haben wir das muster auch schon geschafft so sieht das jetzt aus und wir stricken noch mal eine runde in rechter maschen oben drüber in rot also insgesamt zwei runden da hat nämlich gerade ein bisschen verguckt in meine unterlagen also noch eine runde in rechter maschen in rot so jetzt aber jetzt sind wir auch mit unserem siebten muster durch ich mag das unheimlich gerne gefällt mir unheimlich gut auch hier mit dem herzen also ach so ein schönes ich bin selber richtig verliebt in meine socken ja wie gesagt das war teil 7 zum nächsten teil ach wird auch wieder ganz toll schönes muster drin ich hoffe euch hat das video gefallen wie immer freuen wir uns über das däumchen nach oben das abo nicht vergessen und die glocke die müsst ihr einmal drücken dann verpasst ihr keins von den nächsten videos von dem nächsten socken video oder von coco von nikola von 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 ja schaut auch einmal bei uns auf instagram vorbei natürlich auch auf facebook unter wohl haus stricken häkeln und mehr so tschüss eure bianca vom wohl aus team hebieter 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 de